Ich wollte heute mit euch ein bisschen den Drehplan besprechen, was wir jetzt in den nächsten Tagen alles machen an dieser verregneten Zeit. Am 16 Uhr wollten wir den Dreh von Handpuppen unter der Lupe machen und um 18 Uhr drehen wir dann an dem Märchenprojekt weiter. Also ich sehe schon, das ist keine leichte Aufgabe. Liegt das irgendwie am Wetter? Bist du müde, Jack? Ja und da? Möchtest du vielleicht ein Niggerchen machen? Wo ist denn eigentlich Rüdiger? Rüdiger? Ach, das ist bestimmt Mäusejagen. Deine Wirklichkeit nicht da auf dem Dachboden in der Kiste. Wie wäre es denn, wenn wir mal ein ganz anderes Filmprojekt machen? Ja, das ist eine gute Idee. Ah oui? Und was? Stricken? Nein, nicht stricken. Äh, vielleicht wir könnten auch was ganz anderes machen. Ja, gut. Und was? Stricken? Nein, vielleicht eine Finger spielen? Für die jüngere Publikum? Das sagt jemand, der keine Finger hat. Und da sagt jemand, der spielt mit Puppen? Ich hab's. Ein Fingerspiel. Ja, und zwar, das geht so. Da oben auf dem Berge. Eins, zwei, drei. Da tanzen viele Zwerge. Eins, zwei, drei. Ähm... Ja, und weiter? Keine Ahnung. Oh, Hannes. Der Wüttler hat mich wieder voll geärgert. Ich gehe nie wieder im Kindergarten. Oh, Schemi. Mensch, das Spiel doch nicht mehr mit Lasse. Sag mal, äh, kennst du das Fingerspiel? Äh, da oben auf dem Berge. Eins, zwei, drei. Da tanzen viele Zwerge. Eins, zwei, drei. Kennst du das? Weißt du, wie das weitergeht? Ja, kenn ich. Ja, und wie geht das weiter? Wir brauchen dann Hilfe. Da unten auf der Wiese. Eins, zwei, drei. Da schläft ein großer Riese. Oh, Riese! Ah! Rücke sich verkranken. Da unten auf dem Berge. Untertitelung. BR 2018